Wir haben uns für den Melkroboter entschieden, weil wir für uns klar waren, dass wir mit dem bestehenden Gebäude weiterhin Milch produzieren wollen. Mit dem Roboter können wir Platz sparen und haben die bestehenden Gebäude optimal nutzen können. Dank dem Roboter sind unsere Kühe, unsere Herden viel ruhiger geworden. Wir haben viel mehr Informationen über die einzelnen Tiere. Man merkt auch, dass die starken Tiere ihre Leistung viel besser abrufen können und dass auch Schwache nicht zu kurz kommen, dass sie immer irgendwo eine Lücke finden, wo sie sich entfalten können und sich im Stahlsystem optimal bewegen und leben können. Wir haben uns für den V310 von Delaval entschieden, weil er sehr ruhig arbeitet und hygienisch auf einem sehr hohen Stand ist. Der V310 hat zusätzlich die Option, dass wir die Progesteron messen können, damit wir eine saubere Kontrolle über die Richtigkeit und die Brunst unserer Kühe haben. sehr unterderem. 10 DNA 3 Der V310 3 4 5 6 8 6 8 おお 7 9 Untertitelung des ZDF, 2020